der auch in einem guten Ton gehalten worden ist und sie zeigt mir, dass eigentlich alle die Probleme richtig auch analysieren. Und die Frage stellt sich jetzt einfach, welcher Weg der richtige ist, um diese Anliegen, die Sie zu Recht hier dargelegt haben, zu realisieren. Wenn sich die Gesellschaft verändert und wenn sich die Wirtschaft verändert, dann muss sich auch der Staat anpassen, dann müssen sich auch seine Organisationen und muss sich sein Handeln verändern. Und Ausdruck für diese Veränderungen sind verschiedene Vorhaben, die wir in den letzten Jahren gemacht haben miteinander, die Regierungs- und Verwaltungsreform, aber eben auch, und das ist ein sehr zentraler Punkt, die Modernisierung des Personalrechts. Und weil sich eben der Staat dem Wertewandel, dem gesellschaftlichen nicht, entziehen kann, muss er seine Aufgaben, seine Strukturen, aber auch die internen Abläufe eben anpassen. Wir schlagen Ihnen hier mit diesem Gesetz die Modernisierung des Personalrechts vor. Die Aktualisierung dieses Bereiches ist für das staatliche Handeln sehr wichtig, vor allem deshalb, weil es eben immer Menschen sind, die den Staat, die die Verwaltung verkörpern, repräsentieren. Und ohne permanente Anpassung des Personalbereiches an die gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes, verliert der Staat sehr rasch an Wirkungskraft, an Durchschlagskraft. Das staatliche Handeln wird uneffizient, wird wirkungsloser, wenn wir es eben nicht einkleiden können in zeit- und marktkonforme Formen. Wir können ferner das staatliche Handeln nur sichern, wenn der Staat seine Arbeitsbedingungen zeitgerecht und ohne Verzug anpassen kann, auch an die Entwicklungen des Arbeitsmarktes und der Gesellschaft überhaupt. Das Bundespersonalgesetz hält der Exekutive und den Arbeitgebern des Bundes ziemlich viel Freiraum offen. Das wollen wir und wir sind dankbar, dass das hier mehrheitlich nicht bestritten ist. Freiraum, denn wir brauchen dafür, dass wir eben das arbeitsrechtliche Instrumentarium sehr rasch an die Entwicklung und an die neuen Bedürfnisse anpassen können. Und deshalb darf dieses Gesetz nicht Details regeln, die vom Arbeitsmarkt schon in kürzester Zeit überholt werden könnten. Es muss den nachgeordneten Regelungsstufen die nötigen Freiraume offen halten, weil diese sehr viel rascher angepasst werden können, damit wir eben dieses Instrumentarium auf einem modernen Standard halten können. Der rasche Entwicklungsverlauf der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes verlangen auch Flexibilität in den Bereichen Lohn, Arbeitszeit und Sozialleistungen. Und eine zu dichte Normierung können eben das Aktions- und Reaktionsvermögen des Staates zu sehr verlangsamen und damit seine Effizienz, aber auch seine Effektivität vermindern. Eine zu dichte gesetzliche Normierung, und ich bin sehr froh, dass man vor allem auf der linken Seite das in der letzten Zeit erkannt hat, nach ziemlich schwierigen Verhandlungen am Anfang, eine zu dichte gesetzliche Normierung reduziert auch die Kompetenz der Sozialpartner zu eigenverantwortlichen Regelungen der arbeitsrechtlichen Bedingungen in Gesamtarbeitsverträgen. Vielen Dank.